Seht ihr den Mond? Man sieht, dass er sich zur Hälfte aufgelöst hat, dass er gar nicht existiert. Da fehlt doch die Hälfte. Man kann durch den Mond durchgucken. Das kann man hier eindeutig beweisen und auch sehen. Da fehlt die Hälfte. Wo ist die andere Hälfte vom Mond hin? Untertitelung des ZDF für funk, 2017